Endlich öffnen nach dem Corona-Lockdown auch die Freizeitparks wieder. Das Leipziger Belantis darf bereits am heutigen Freizeit Besucher begrüßen. Mit einem Hygienekonzept für 150.000 Euro will der Vergnügungspark Spaß und auch Sicherheit ermöglichen. 3,5 Millionen Euro hat das Belantis während der Schließung an Verlusten gemacht. Nun konnten vorab die ersten 1.500 Besucher online eine Eintrittskarte erwerben. Nach zweieinhalb Monaten Verzögerung endlich wieder Tore aufzumachen. Saisoneröffnung, zwar verspätet, aber Gott sei Dank eine Saisoneröffnung. Wir freuen uns. Eine Voranlage, die wir zugelassen haben, ist das Verlies des Grauens, weil die wirklich komplett indoor ist und wir dort auch nicht für die Umlüftung oder Belüftung sorgen konnten und haben uns entschieden, die lieber zuzulassen. Man hat halt Angst, dass die Maske wegfliegt und du danach im See suchen wirst du die wieder aus dem Teich fischen musst, weil manchmal löst es sich. Aber sonst, man kriegt Luft, das ist ja alles. Ja genau, man muss sich immer wieder zu herrichten. Desinfektionsspender überall im Park, Abstand halten beim Anstehen und in den Fahranlagen, Essen nur zum Mitnehmen und Mundschutzpflicht in den Fahrgeschäften, so lauten die Maßnahmen. Und eine Hygienepolizei kontrolliert, ob sich auch alle an die Regeln halten. Wir haben zum Beispiel auch, John, du kannst ja mal demonstrieren. Aber sicher doch. Ein bisschen Hygienespray dabei natürlich. Ja, wir können ja auch mit unseren Greifern immer auf Abstand gehen zu den Leuten und auch etwas überreichen. Alles möglich. Wir sind top ausgerüstet. Am Freitag öffnet auch der Europa-Park wieder. Die strengen Corona-Maßnahmen gelten selbstverständlich auch hier. Spaß mit Einschränkungen. Daran werden sich Besucher wohl in den nächsten Monaten einfach gewöhnen müssen. Musik 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 Musik